Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge von Papa kocht heute nix. Und kennt ihr den Typen hier noch? Der Alex? Der Alex! Das ist Mr. Deliziös himself. Ein paar von euch kennen ihn vielleicht noch gar nicht. Alex, kann es sein, dass es da draußen Leute gibt, die dein Salat-Video nicht gesehen haben? Oder deine Kaminwurzen? Wir verlegen euch das alles um. Nee, es ist schon privat. Wir haben das gesichert. Nein, Alex ist natürlich auch mein guter Freund und Kompagnon. Wir waren ja gerade ein paar Monate unterwegs zusammen. Und ja, Mr. Deliziös himself. Also jetzt schon mal Applaus unten rein und einen Daumen nach oben. So, was machen wir hier? Wir sind in München. Wir sind im Werksviertel. Mit dir war ich damals erst mal hier. Unser erster Foodguide in München haben wir hier gedreht. Da waren wir in dem Canita hier vorne. Richtig, direkt hinter uns. Das ist direkt hinter uns. Das ist ein Thai-Restaurant. Und seitdem wir hier unterwegs waren, haben wir eigentlich gesagt, scheiße, ein Foodguide ist eigentlich zu wenig für München. Tut sich auch viel. Ja, genau. Und ich war jetzt zwischenzeitlich auch mit Tim noch ein paar Mal hier. Wir haben ein bisschen Biergarten gemacht, ein bisschen Viktualienmarkt. Hier kannst du eigentlich auch immer herkommen. In München gibt es immer was Geiles. München klicken die Leute auch immer ganz gerne, weil die glauben, sich interessiert, was der dicke Hesse hier so zu tun hat. Jetzt hast du eine Liste geführt, wo du gesagt hast, das sind Dinge, die würdest du mir unbedingt gerne zeigen wollen, weil es einzigartige Konzepte sind. Ja, also ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt seitdem du das letzte Mal da warst, jedes Mal, wenn ich auf Instagram oder sonst was gesehen habe und mir dachte, hey, geiles Konzept. Oder was ich selber feiere, habe ich gesagt, ich habe so eine große Liste von Sachen, das nächste Mal, wenn Bernd da ist, die muss ich mir mal zeigen. Ein paar davon wollen wir uns heute mal angucken. Okay, Freunde, genug gelabert. Es geht direkt polnisch los, oder? Ich weiß gar nicht, ob die polnische oder russische, aber ja, so nicht richtig. Also, Pelmeni können auch Osteuropa, die können auch russisch sein und so weiter. Es geht in den Osten. Es geht in den Osten. Auf jeden Fall gibt es hier einen geilen Laden, die machen Pelmeni. Also, Freunde, genug gelabert, guckt euch mal kurz ein bisschen um hier, es sieht ganz hübsch aus. Hier gibt es wirklich einen Laden nach dem anderen. Wir latschen rüber und ballern uns ein paar Teig-Täckchen, weil Teig-Täckchen liebe, ihr wisst Bescheid. Ja, bis gleich. Freunde, hier, das ist doch, we love Pelmeni. Alex, ich überlasse alles dir, Hauptsache, es ist reichlich. Ich will Zuljanka auf jeden Fall, die Dorfsuppe. In normalen für 11 Euro. Okay, Preise sind halt München auch ein bisschen, oder? Komm, wir bestellen ein paar Sachen. Aber was Sie müssen sagen, Huhn, Schwein, zwei Fleisch, drei Fleisch? Normalerweise Pelmeni sind Schwein, oder? Gibt es, glaube ich, in den verschiedensten Varianten. Aber ja, ich hätte jetzt auch eine Mischung. Soll ich kurz Rob anrufen? Bitte. Hallo, Bernd. Hey, Rob. Du bist quasi live in meinem Video. Also nicht live, aber du bist in meinem Video gerade. Ich muss dich was fragen. Ja, man hört dich auf jeden Fall. Guck mal, wir stehen gerade vor We Love Pelmeni in München im Werksviertel. Die machen sehr, sehr geile Pelmenis und Wareniki, habe ich gehört. Und guck mal, bei den Pelmeni steht drauf, unsere Empfehlung ist Buttersauce, Essig, Sauerrahm, Pfeffer und Dill. Das ist schon mal klar. Aber mir geht es darum, hier steht entweder Hühnerfleisch, Schweinefleisch oder Rindfleisch. Was ist klassisch? Was soll ich nehmen? Also für mich klassisch heißt es Schwein oder gemischt. Ja, gemischt gibt es natürlich auch. Ja, klar, logisch. Ja, deswegen bei uns zu Hause Schwein oder gemischt. Ey, du hast mir sehr geholfen. Vielen herzlichen Dank. Ey, nicht dafür. Hast du Spaß und guten Abend? Und Freunde, schaut auf jeden Fall auch mal bei Crispy Rob rein, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Tschüss. Danke, liebe. Ciao, ciao, ciao. So, also, die Empfehlung vom OG-Russen. Übrigens, es ist einfach zu einfach. Komm mal her, Schatz. Komm, komm, komm. Die Chefin ist ja auch da. Die Chefin sagt, ist auch gemein. Bei uns darf man doch einfach auch mit rein. Ja, hallo, Schatz. Möchtest du auch ein Pelmeni probieren? Auf jeden Fall. Du magst die auch gern? Ja, okay, okay, wir machen das. Okay, hallo, Chef. Bruder, wir brauchen auf jeden Fall so eine Suljanka, bitte. Ja. Ja? Ähm, die normale. Was? Borsche. Okay, ein Suljanka, ein Borsche. Dann brauchen wir Pelmenis. Wie viele sind denn das? So eine normale große Portion? Das sind 60 Stück. Okay, das klingt geil. Dann mach eine große Portion mit zwei Fleisch, also Rind und Schwein. Wareniki nehmen wir auf jeden Fall auch. Und mach einfach Kartoffeln und Kraut dazu. Und auch eine große Portion. Also wir nehmen die so, wie die da ist, die Empfehlung. Sauere Amt, Pfeffer, Speck, Röstzwiebeln, gebratene Zwiebeln. So soll das sein. Okay, perfekt. Sehr schön. Und wir werden dir ein bisschen zugucken, wie du die machst, wenn das okay ist für dich. Also Freunde. Drei, zwei, eins. Du bist ein Bier am Morgen. Wie heißt das Zeug? Quass. Quass. Das ist ja kein Alkohol, gell? Ne. Ganz minimal. Geil. Aber ganz, ganz minimal. Ach du liebe Zeit. Passiert im automatischen Fermentationsprozess. Das ist nach Sojasoße schmeckt? Es ist Malzbier. Das, was du mir mitgebracht hast, war viel geiler. Gibt verschiedene Sorten. Ach Gott. Ey Leute. Was denn das wieder, Alter? Ja gut. Ey, hättest du es hier direkt als Soljanka erkannt? Ähm, jein. Ich bin aber wirklich kein großer Soljanka-Pferd eigentlich. Echt, ne? Deswegen, ich bin jetzt nicht der Experte in dem Bereich. Ich gehe da jetzt voll rein. Da fehlt komplett alles. Hä? Grundgeschmack ist gut, aber der ist einfach nicht gesalzen. Schmeckt? Nee. Fehlt viel Salz an der Soljanka. Probier die mal. Ey. Probier mal. Ja. So, jetzt einmal nachgesalzen. Geil, der hat auch Oliven oben drauf gemacht. Hast du gesehen? Das habe ich noch nicht gesehen, ne? Nee? Also, Altrone sagt der. Aber er habe ja auch noch nie in der Soljanka gesehen. Ja, das wird besser. Ja. Aber es fehlt ja so ein bisschen Substanz. Weißt du, was ich meine? Einfach? Ja, hatte ich schon besser. Ja, gell? Ist schon besser weggeschmissen. Okay. So, wollen wir erst die andere Suppe auch noch probieren. Borsch. Das ist ja quasi, ja, die traditionelle russische Suppe aus Rote Beete, sieht man ja hier. Genau. Ist aber auch immer geil eigentlich. Ich feier's mega. Ist viel besser. Oh ja. Ich sage, die braucht auch noch ein bisschen Salz, so, aber... Aber es ist gleich viel mehr Substanz, viel mehr Power, Charakter. Verstehen. Das heißt, du hast Dill, Sauerrahm oben drauf, ne? Das Fleisch ist aber auch ganz gut. Ja. Ist mit drin Fleisch gemacht, gell? Zwiebeln, Rennfleisch drauf. Ist auch gut was drin, ne? Kostet aber auch 12 Euro, der Eimer. Ja, was sagst du? Würde ich so wegessen. Auch da schon besser gehabt, aber... Ist gut. Kannst du absolut machen. Ist gut. Ja, das ist aber schon so Hausmannskost. Voll, voll, voll. Kann man nicht anders sagen, ne? Ey, welche zuerst von den geilen Jungs hier? Wir haben Pelmeni und Vareniki. Aber ist geil, ich liebe Pelmeni. Das schmeckt sofort russisch. Bin ich's oder fehlt der Aushalt? Ihr sitzt alles eher auf der... Low. Auf der loweren Seite, ja. Aber da wäre es mir jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, oh mein Gott, da brauchst du es. Ne, aber ist schon so... Aber deswegen hat das ja auch da stehen, ne? Also das haben wir ja spätestens im Dinner-Duell gelernt, dass man das einfach zur Verfügung stellt. Aber die sind gut. Warte, warte, warte. Anstoßen mit Essen gibt auch immer richtig Spaß. Und jetzt müssen wir aber hier in diese Dings nochmal von dir rein, oder? Äh, die Ajika, genau. Ajika. Ajika ist... Ist die sehr scharf? Gibt's zwar in verschiedenen Varianten. Ich weiß es nicht, wie die ist. Die ist auf jeden Fall sehr scharf. Gibt's in grün, gibt's in... Das russische Sambal Oleg. Ja, genau, genau. Und gibt's in verschiedensten Variationen und so weiter. Talk mal auswürdig. Fühl ich. Ich glaub, unsere liebe Chefin wird das fühlen. Du magst die ja schon gerne auch, gell? Rob, seine Warnung melden besser. Aber, hast du einen Spot, wenn du weißt, du kriegst es hier, kommst du dafür hier hin. So, das ist schon ganz gut. Es gibt nämlich auch tatsächlich, das ist meines Wissens nach der einzige Spot in München, der tatsächlich das so als Hauptkonzept anbietet. Gibt noch so ein, zwei russische Läden, osteuropäische Läden, wo es es auch gibt. Aber, dass du hier vorbeikommst und dafür kommst, das ist halt schon, hat schon sein Alleinstellungsmerkmal. So, jetzt haben wir hier geschmorte Zwiebeln mit unten. Also, lass mal ganz kurz gucken. Ja, die haben eine andere Form. Guck auch. Das sind die Vareniki hier. Das sind Pilmeni, das sind Vareniki hier. Aber ich kann dir gerade nicht sagen, wo 100% der Unterschied ist. Rob hat gesagt, es ist Teig mit Fleisch gefüllt. Ja. Und dann sagst du, okay, und Pilmeni sagte, das ist auch Teig mit Fleisch gefüllt. Genau, okay, alles klar. Also, Teigsäckchen. Boah, das ist gut. Zwiebelfühlig, schmeckt da oben drauf, finde ich auch gut. Vareniki hat eben normalerweise diese, hat Kartoffelpil drin und die kannst du eben auch süß machen. Er hat gesagt, die sind mit Kartoffeln und Kraut. Wo ist denn der Kartoffel und Kraut? Den ganzen Hint schmeckt es schon. Drinnen, meinst du? Ja. Ich glaube, ja, ja schon. Ah, jetzt habe ich. Die sind ja Veggie. Gefüllt, ja. Das ist das Ding. Ah, ja, genau. Das ist auch der Unterschied. Es gab noch eine dritte Sorte Teigtaschen, die ich bei Rob gegessen habe. Boah. Ceburiki? Ceburiki, ja. Aber das sind wie so Fladen. Ja, genau, Fladen mit frittierter Fladen. Geil. Welche magst du mehr? Gerade die. Ja? Ja. Trotz Veggie. Nicht noch ein bisschen geiler. Durch diese Topic. Wobei, es ist schwer zu sagen. Die anderen sind halt schon, also die Füllung ist schon gut. Die Buttersauce bockt mich auch. Also es macht schon Spaß zu essen auch. Also ich würde auf jeden Fall safe wieder herkommen dafür. Also meine Favorite Combo ist Pilmeni mit dem Magica zusammen. Ja? Es gibt, ich glaube, das russische Neujahrstradition, wo ganz viele gemacht werden. Und eins hat eine unterschiedliche Füllung. Und dann quasi alle essen. Und wer das eine hat, was quasi eine andere Füllung hat. Hast du da drin eine Banane? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du kannst verschiedene Varianten machen. Aber das eine ist was drin, wo du sagst, dann hast du quasi einen, ich glaube, wunschfrei. Oder dann bist du quasi... Ah, okay, okay. Du musst halt nur raffen, dass es auch da drin ist. Genau, ja. Aber normalerweise machen wir schon Sachen drin, dass es dir auch füllt. Ich weiß noch nicht mal, was es genau war. Alles hier... Sens. Okay, Freunde, das war gut. Alex, vielen Dank für diesen geilen Spot. Aber da kommt noch sehr viel mehr. Ja, weiß, weiß. Wir werden das jetzt hier alles noch ans Teams verfüttern, ne? Chefin, hast du Bock? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Timmy? Sowas von Bock. Beim ersten Spot ist er immer richtig motiviert. Das ist noch ein bisschen was da. Ja, ist noch ein bisschen was da. Der Dill zwischen meinen Zehen ist noch da. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt in die Ochsenbraterei. Bayerischer Döner? Bayerischer Döner, ja. Viel Spaß, bis gleich. Stopp, 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 stopp. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe noch was richtig Heißes für euch. Dinner-Duell Staffel 3, Christmas Edition. Die ersten Folgen sind jetzt schon auf Join zu sehen. Und hey, vielen herzlichen Dank, Join, für die tolle Partnerschaft. Checkt's aus, Link ist in der Videobeschreibung. Wir kochen nicht nur füreinander, sondern wir nehmen einander mit an den Weihnachtstisch. Von der Hauptkomponente war das das Schwächste, was ich von ihm gegessen habe bisher. So locker wie Bernd Marweil in Staffeln wirkt er gerade nicht mehr. Also wenn darüber einer was Schlechtes sagt, bin ich sauer. Der hat mir Weihnachten jetzt kaputt gemacht. Deswegen macht man keine Gans. Natürlich wird am Ende trotzdem der beste Koch ausgezeichnet. Ich habe es irgendwie nicht erwartet bei Max so. Normalerweise ist es für mich immer anders, komplett auszurasten. Da hole ich so ein Stück Magio raus, da gibt es eine Büchse Kaviar. Einmal so ein nicht letzter wäre schön. Alex, wie nennst du denn dieses Areal hier eigentlich? Gibt es da einen Namen für? Ja, aber das weiß ich nicht. Geil. Machst du mal hier? In der Gegend, ja. Perfekt. Also perfekt. Das sind mir die allerliebsten Empfehlungen. Sag ich euch, wie es ist. Local Experte. Aber wir haben hier Ochsen am Spieß quasi. Ist ja bei uns schöner, kannst du sagen, oder? Genau, so vermarkten sie es, glaube ich. Habe ich noch nie probiert. Und ist voll. Wir laden noch eine halbe Stunde auf jetzt. Wir gehen mal rein. Ich denke, wir hatten noch ein bisschen was draufhängen, aber wir sollten nicht zu lange warten. Hallo. Guck mal, ich hätte ganz gerne... Erklär mir mal, Ochsen am Spieß, klar, das ist das Gerät, was ihr da drüben baut, ne? Dann ist Standard Schaf. Und was ist Stall Ochse? Der Stall Ochse ist mit Sauerkraut und Käse. Oh, okay. Auch geil, oder? Ja? Also, was willst du denn? Sauerkraut und Käse? Ich nehme Standard. Standard? Ja. Okay, dann nehmen wir als Standard einen Schaf. Ochsen am Spieß mit Pommes. Quasi heißt das, wir haben das quasi Loaded Fries mäßig, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Okay, machen wir auch einmal, bitte. Wenn ich mit 36 reinstehe. Kann ich mit Karte zahlen, bitte? Ja. Wollen Sie es mitnehmen, würde ich essen? Ja, wir würden es hier draußen essen. Ja. Alex, das ist doch hier der Münchner Lifestyle, oder? Ja. Wie gesagt, Samstag. Samstag. Jojojojo. Als ob der Motor es Unterschiede macht. Ich kann es mir mal bezogen. Sieht das geil aus, oder was? Ich will hier sofort reingehen. Sagst du ehrlich, guck mal hier. Das ist schon geil crispy. Kann natürlich auch furztrocken scheiße sein, ne? Das müsste ich das ausfinden. Guck mal, dieses Ochsenfetzen-Ding ist ja immer so ein Riesenteil hier bei euch, ne? Also dieses geschmorte, ich hatte es am Viktualienmarkt mal, da kriege ich so geschmorte Scheiben. Und dann habe ich aber auch schon mal Rosebeef bekommen, einfach rosa gebraten. Ja, ist schon geil. Aber schmeckt gut. Wird mit dem Döner auch funktionieren, gell? Deswegen, ja. Also, es erinnert ja visuell schon mal deutlich dran. Aber Rucola, Alter. Also hierfür klinge ich von mir von gleich schon ab, so, okay. Rucola? Ja, nein, wenn du da reinbeißt und hast so ein Ding in deinem Mund, was ist das, das Spinat auch noch? Weißt du so, ich finde, das kann man kleiner schneiden. Aber ich habe jetzt zwei Gabeln genommen. Und für mich hat alles, was es soll. Ja? Ich bin sehr loaded price, also diesen dirty Charakter und ich finde es sehr geil. Das ist reines Comfort Food, ne? Ja, 10 Euro ist es gesagt. Ich glaube, ja, 59, 10 Euro, sowas. Finde ich, aber auch von der Portion her jetzt nicht. Ach, vollkommen. Das reicht sich leicht drauf, guck mal hier. Der musst du ja jetzt überzeugen, hier. Du hast die scharfe Variante? Ja. Mit ein bisschen was Dings drauf, ne? Mehr Rettich. Ja. Hast du auch so eine... Ah, es fällt alles raus. Kriegst du das Ding aufgenommen, ohne alles am Tisch zu verteilen? Nein. Mann, ey. Die Antwort ist nein. Jetzt weißt du, wer normalerweise hinter der Kamera steht und wer der Profi-Esser ist. Ich wollte es nicht mal kurz erwähnen. Guck mal hier. Oh, shit. Was sind das für ein Brötchen, Diggi? Ist das so gelaugt? Kartoffeln. Kartoffeln, kann man sagen. Aber es auf sich auch ein wie beim Döner. Ja, mehr Rettich kickt auch. Ich stelle mir gerade vor, wenn du das so standardmäßig wie... Ja, wie soll ich das sagen? Wie so ein Döner-Essen würdest du nur mit Gurke, Tomate... Ah, ja, mit Tomate und Zwiebel. Weißt du? Ob es da nicht mindestens zu trocken wäre. Also ich habe zu wenig Soße drauf. Du hast Reißig-Soße, ne? Ja. Ihr findet es nicht zu trocken? Nein, ich habe auch nicht zu trocken. Ich finde es ein bisschen trocken. Ich wünschte mir auch noch so ein Klecks von der weißen Soße drauf. Ich glaube, es geht aber auch ein bisschen an Brötchen. Weil das so ein bisschen dieses... Das ist schon sehr... Fluffig, aber mit einem trockenen Touch. Ich habe einen trockenen Touch. Das ist nicht so ein Hefebrötchen, weißt du, so ein Rang. Aber jo. Also ich glaube, dass ich sogar im Fladenbrot... Also das Fladenbrot geht mir so ein bisschen hier ab. Aber der Inhalt ändert sehr an Döner. Aber ich... Du schmeckst sofort zu Bayern. Ne, ne? Das nicht. Also ich glaube, dass das Brötchen... Gar nicht so ideal ist dafür. Ja, man sieht ja auch, es zerfällt ziemlich leicht. Weil es auch so ein bisschen blöd aufgeschnitten ist. Dann ist es einmal überdehnt. Aber das ist jetzt... Jammern auf... Also wenn das Ding... Wir müssen es ja reviewen, deswegen sind wir ja hier. Das holt mich aktuell mehr ab. Weil es auch einfacher zu essen. Ja, aber die Soße ist so... Das ist doch eine Semffsoße, oder? Ich habe schon einen Mittelbisch noch. Ich sage jetzt durch das... In der Mitte habe ich genug Soße. Und durch den Meerrettich habe ich sofort diese Ochsenfetzen. Ich glaube, der Meerrettich ist da nochmal die Note, die du vielleicht bei mir hier so ein bisschen abgeht. Also ich finde es... Wenn du mir jetzt die Augen verbinden würdest, würde ich wahrscheinlich Döner sagen. Anhand vom Brot glaube ich nicht. Aber ja. Ja, so rein Geschmacksprofil. Ja, ja, ja. Schmeckst du den Ochsen raus? Ich sage nee. Nicht so wie er könnte. Das wird hier so ein bayerisches Vieh sein. Die haben jetzt nicht so einen großartig krassen, rindigen Eigengeschmack. Weißt du, was ich meine? Mag aber auf dem einen oder anderen mehr gefallen. Ich glaube, dass das hier die Malte-Masse schon geil findet. Aber hey, das ist ja... Also ich will es gar nicht jammern nennen. Ich sage, das ist eine richtig geile Nummer, Alter. Also dafür kommt es auf jeden Fall hierher. Geschmacklich gut, ja. War dein erster? Das erste Mal, ja. Kommst du wieder? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich extra dafür... Aber wenn ich in der Gegend bin, ja. Ich weiß nicht, ob ich extra dafür herfahren würde, aber... Aber ist es was... Welche Cravings würde das denn bei dir so befriedigen? Ich glaube schon, dass ich... Wenn ich auf Dönerbock hätte, dann wäre das schon so... Das wäre so die... Ah ja, okay. In dieselbe Richtung. Du willst ihn in der Döner-Dings einsortieren. Jetzt nicht unbedingt bei Ochsenfetzen. Ja. Okay? Ja. Er hat mir gerade die Gabel richtig voll mit Fleisch gemacht. Da war ein fettiges Stück mit drin. Und hier ein bisschen was von dieser Kruste. Schau mal. Jetzt hast du diesen kernigen Rindgeschmack, den mir gerade abgegangen ist. Ich hatte nur Fleisch auf der Gabel, weißt du? Und ich glaube, was dem fehlt, ist ein bisschen Fett. Einfach. Die werden sehr schieres Fleisch da einfach verwenden dafür. Aber... Jo, ich sag dir, mit dem Fett, was ich eben mit drauf hatte... Und hier, guck mal hier, so ein Brocken. Siehst du das? Ja, ist geil, ja. Das ist der Brocken, ne? Ja, Baby. Ich muss aber auch sagen, wenn du jetzt so... Loaded Fries in eine Kategorie stellst und sagst... Die finde ich richtig, richtig geil. Die sind wirklich geil. Wirklich krass. Guck mal, ich hätte gerade was anderes gesagt. Jetzt, nachdem ich das nochmal probiert habe, sage ich nochmal was anderes. Ich sage, ist eine Empfehlung. Auf jeden Fall. Und ich komme safe dafür wieder her. Bier gibt's auch. Bier gibt's auch, ja. Willst du schon sagen, wo wir das nächste hinfahren? Ja, Viktuale Markt. Wo sonst? Ich habe nicht geglaubt, dass ich da noch was Neues entdecken kann. Aber wir sehen uns gleich. Dann noch eine Saugebur. Und dann noch ein bisschen Obst. Bis aufs Obst gehe ich mit. Ja, oder? Ja, Fischbrötchen, Gurke mache ich mit. Freunde, Fischbrötchen und Gurken, dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier für den Waggi und Leberkäse. Und scheinbar nicht nur wir. Also, es scheint zu funktionieren. Ich bin echt gespannt. Habt ihr schon probiert? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir sind schon ein paar Mal vorbeigelaufen und lachen jetzt. Aber wir haben es nicht geschafft. Waggi und Leberkäse, Semmel für 3,90 Euro. Was sagst du, Alex? Ist das überhaupt möglich? Ich habe mich mal durch die Kommentare durchgeklickt. Und ja gut, Leberkasse ist ja immer so, was halt noch da ist. Aber ich bin mal gespannt, ob man den Unterschied rausschmeckt. Wir gucken. Mein Freund Julian, der Franklin, war ja schon hier gewesen und hat gesagt, er hat das Waggi nicht rausgeschmeckt. Okay. Er fand es jetzt nicht so mega geil. Apropos de Franklin, ihr solltet meinen Kanal abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Weil wir drehen heute Abend mit Julian ein kleines Video. Hier in München noch. Das wird lustig. Okay. Dann hätte ich auf jeden Fall gerne drei Waggi und Leberkäse Sammeln und ein Fleischpflanzel, bitte. Eine Waggi-Wurst. So, sehr gut. So, guck mal, Alex, du hast hier die Kindersammel geholt. Ja. Für 3,90. Die Standard. Und ich glaube, er hat mir für 3,50 hat sie mir eine zweite Scheibe draufgelegt. Das heißt, das Ding kostet jetzt Zippe und irgendwas. Ich sage, aber ich sage, der braucht die zweite Scheibe. Und du hast ein bisschen süßen Senf draufgemacht, gell? Genau, auf die eine Seite. Fühle ich nicht. Ich habe gesehen, sie meinten immer zuerst, musst du einmal ohne probieren. Aber mein Gusto ist noch nicht. Ich glaube, das hat Franklin auch so gemacht. Aber guck mal, weißt du, geil für das Brötchen ist 10 von 10. Voll, 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 voll. Das ist richtig geil. Weißt du, ich sag mir, das ist 10 von 10? Ja. Jo, wir gehen rein, komm. Vom ersten Eindruck, begeistert, nicht begeistert. Ich finde es einen echt guten Leberkass. Das Brötchen ist mega. Aber ich schmecke jetzt das Wagyu nicht raus. Ein ganz leicht unterschiedlicher Geschmack ist so da. Vielleicht ein bisschen kerniger, aber den Riesenunterschied, dass ich jetzt sagen würde, du musst jetzt eine Wagyu-Leberkass-Sammel holen. Ich probiere mal mit süßem Senf. Ich sage dir ehrlich, wenn der jetzt 10 Euro gekostet hätte oder sowas, hätte ich schwer geschimpft. Aber ich finde es für 3,90 Euro einen sehr geilen Leberkass-Sammel. Aber das Wagyu ist... Ich finde, 3,90 Euro, deswegen der Preis reißt jetzt nicht irgendwie krass raus. Nein. Also dahinter suchst du schon so ein bisschen den Haken. Ja, ja. Und deswegen, wenn du es vergleichst mit einer normalen Leberkass-Sammel für 3,50, finde ich, kannst du die 40 Cent schon mehr... Das ist eine geile Leberkass-Sammel. Genau, aber... Aber genau, wenn es jetzt 10 Euro... Also das Doppelte... Wir waren ja beide gerade in Japan. Ja. Ich finde, man hat es mehr gerochen, als dass man es schmecken kann. Ja. So, weißt du, dieses kernige, rindige, ja? Aber, wenn ich hier bin, Bock auf eine Leberkass-Sammel habe. Holst du die? Ich würde die holen, ja. Ich sag dir, ich hol mir die da vorne wieder, wo wir waren. Wie ist der? Ja. Guckt mal ein anderes Video an. Ich verlinke mir das Video hier oben. München Foodspots. Und da mache ich mir den. Und da mache ich mir eine fette Portion süßen Leberkass... Süßen... Süßen Senf drauf. Und dann habe ich es. Ich hatte gerade so einen... Den Rand. Da habe ich gerade rausgeschmeckt. Ja. Aber nur... Ich hatte jetzt eben ein Stück Rand, den fand ich sehr salzig. Die Schlange, irgendwas machen Sie ja schon richtig, aber ich glaube, das ist auch... Ja, das ist gut. Aber... Eine sehr gute Leberkass-Sammel. Freut. Aber man hat natürlich die Erwartungshaltung, ne? Ich sag, wenn es jetzt noch 1, 2 Euro teurer wäre, hätte ich gesagt, scheiße. Ja. Für 3,90 Euro, Bombe. Ja? Hingehen, essen. Oh! Und der nächste Spot, da willst du mit mir hin sein, seitdem du es kennst eigentlich. Erzählst du mir von dem. Das ist einer meiner Lieblingsspots der Menschen. Oh, geil. Ich freue mich drauf. Freunde, bis gleich. Alex. Yes. Wie spricht man das aus? Bazi ist schlimmer Kücherl. Ich sehe kein Ü. Ich sehe kein Ü. Ich sehe kein Ü. Bei mir ist es Kücherl. Oh, laut. Kuchel, was denn jetzt? Kuchel, Kuchel. Was machen wir hier? Äh, Schweinsbraten. In der Box. Wie so eine Dönerbox, gell? Ja, genau. Also, wenn ich dazu kurz erzählen kann. Ein Kollege von mir hat irgendwann mal, also es ist auch gerade, wir sind, nee, Sendlinger Tor, sind viele Bars und so weiter. Kannst dir gut abends ausgehen. Ja, übrigens eine Empfehlung von mir ist, das Wirtshaus am Sendlinger Tor bis morgens um fünf. Zumindest früher mal. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Eben. Und da gibt es ja... Nee, 24 Stunden sogar, gell, Caro? 24 Stunden sogar. Kennst du das? Nee. Das Wirtshaus am Sendlinger Tor. Checkt es mal aus. Schreibt es unten rein, ob die immer noch 24 Stunden aufhaben. Ist geil. Eben. Aber gerade, wenn du da so ein bisschen länger versackst und auch ein paar Bier getrunken hast und so weiter, dann hat mir ein Kollege um drei Uhr morgens erzählt, sag mal, hast du Bock jetzt auf Schweinsbraten? Ja, voll, aber wo kriegen wir jetzt einen Schweinsbraten? Ja, voll, na klar. So, und seitdem erzähle ich jedem, um drei Uhr morgens, hast du Bock auf einen Schweinsbraten? Und dann fahrt ihr hier hin? Und dann fahr mal hier hin und dann gibt es Schweinsbraten in einer Dönerbox sozusagen. Die Öffnungszeiten sind? Also, die wechseln ganz gerne mal, aber stand jetzt bis fünf Uhr morgens. Okay, das ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Komm, Bobby. Du zuerst. Wir nehmen auch Amex. Meine American Express. Servus. Mahlzeit. Also, ich hätte ganz gerne einmal den Schweinebraten quasi und einmal den Entenbraten machen wir auch, oder? Ja, ich habe Schweinsbraten aus der Klasse. Ja, mach zwei große Portionen. Ja, die zwei nehmen wir auf jeden Fall mal. Ja. Ja. Boah, geiler Typ. Boah, danke dir. Gell? Das ist nochmal ein Highlight zum Schluss. Sehr geil, danke dir. Wir passieren immer das Essen einfach. Können wir kurz ein Brote machen? Selbstverständlich, ja klar. Schaust aber auch gerade richtig schön, dass das... Ich komm selber, glaube ich. Was gibt's denn? Ein Minestrone immer recht. Guck mal, geil. Soll ich halten? Gerne. Biersuppe auch geil. Biersuppe auch geil. Biersuppe auch geil. Ey, sehr cool. Hoppala. Immer richtig rum. Super, vielen lieben Dank. Schön gutes Gelingen, ja? Dankeschön. Schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay. Alex, zieh das mal an, ey. Ist geil, oder? Boah, der hat mir ja eben schon... Ich lasse dir die Schwarte. Der hat mir ja drin ja schon eine gegeben. Aber hier ist reichlich. Das kostet 10 Euro, die gescheite Portion. Ja? Komm her. Du hast Schwein, ich habe Ente. Mhm. Digga, das Ding ist fast randvoll mit Soße, ne? Mhm. Kloß, Klaugraut. Ist aber auch so das Geile, du pulst immer dran und du kriegst irgendwie die Konsistenz, also die, wie sich die Gabel zusammensetzt. Das ändert sich die ganze Zeit. Ey, die Soße ist auch gut. Mhm. Das Rotkohl schmeckt geil. Wo der Saft hier steht. Ja, ja. Tauschen. Da sind zwei riesige Klöße drin. Das ist geiles Rotkohl. Das ist safe, mein Favorit heute, glaube ich. Aber auch gerade jetzt, wenn es so ein bisschen kälter draußen ist, ist halt... Knochen. Aber die Hände ist auch geil. Ist richtig einfach schön. Jetzt zupft es mit der Hand runter, hast du gesehen? So, der schneidet nicht, er zupft das Fleisch einfach, zieht es runter. Ich habe einen Kollegen, der es mal extra aus Mannheim freien Nachmittag gehabt, ist extra dafür hergefahren. Mhm. Ey, für 10 Euro? Jetzt verstehst du aber auch, warum ich die ganze Zeit hier mit dir hinweite. Ja, voll. Aber hier bist du öfter, oder? Ja. Das ist auch reichlich. Dicke Stücke Fleisch drin. Ja, der Kloß ist hier Standard, ne? Ich fände ein Sammelknödel schöner, aber... Ja, weiß ich nicht. Alex, was war das schon wieder für ein Tag? Geiler. Ja, das ist ein geiler. Kulinarisch wertvoll. Aber heute Abend drehen wir nochmal einen richtigen Bänger. Der kriegt aber so ein eigenes Video. Franklin kommt dazu. Du bist dabei? Ja. Das wird auf jeden Fall ein dickes Ding. Ey, deine Zusammenfassung für heute? Highlight? Batsi Box. Batsi Box. Also für mich persönlich. Aber ich meine, da waren jetzt auch viele. Das ist das Einzige, was ich schon tatsächlich kannte. Die anderen Sachen waren jetzt, hatte ich nur mal auf der Liste. Weil Pelmini auch stark waren. Kann ich euch alles sagen. Ja, voll. Aber das... Jo. In dem Umgebung. Für die Lebercase kommst du. Gehst du hin, wenn du da bist? Kannst. Ja. Ja. Ich würde mich, wenn keine riesige Schlange da ist, würde ich es machen. Wenn nicht, hast du viele andere gute Optionen da auch. Ochsen-Döner-mäßig. Da fand ich die Loaded Fries die geilsten. Die waren wirklich geil. Hey Leute, schreibt mal rein, was euch am besten gefallen hat. Alex, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du den Spaß mitgemacht hast. Danke dir. Heute Abend geht es weiter. Freunde, ihr natürlich, gell, bei Delizios vorbeischauen, wer es noch nicht gemacht hat. Abonniert den Kanal von Alex. Und bei uns ist ja sowieso obligatorisch ein Daumen oben, den Kommentar und den Kanal abonnieren. Und ja, schreibt mal unten rein, was euer Favorit war. Wir essen auf und dann fahren wir weiter zum Abendessen. Bis gleich.